hallo und willkommen zurück zu einem neuen da ich nicht genau weiß wie ich das ganze hier angehen soll probiere ich mal so okay kein problem ist ja nur so was ich mit ihnen jetzt hart erarbeitet hat das einfachste dann sterben wir halt okay Ja, okay. nein verdammt das schritte mann und hat 5 was ist anstatt einfach mal Okay, jetzt ist genug, ich will jetzt weg, au, du wirst nicht. Lass mich, nein, es ist nicht euer ganzen Tag, die Scheiße. Dann eben von Meteoroid zu Meteorodot. Okay. Das ist nicht euer. Okay, auf jeden Fall komme ich jetzt rein. Und damit kommen wir auch zum Schalter, den ich so unbedingt brauche, weil er möchte unbedingt, ach Gott, ich will ihn jetzt endlich haben, haben. Hallo, stopp. Darüber. Okay, ach so, ja stimmt. Oh mein Gott, das wird wieder einfach nur ein Schalter drücken. Ja. Kenn ich. Kenn ich. Safe, natürlich safe. Dann würde ich sagen, mach mir das Level, nein Quatsch. Bevor wir da rauf gehen, machen wir erstmal das Level, was wir das unbedingt machen müssen. Was hast du das machen müssen? Ach Gott. Nein. 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 Okay, wie heißt es? Ich drehe durch. Also wenn es hier so langsam ist, das... Na. Nein. bewegt ein ok ok heute bin ich wohl etwas schlicht genau ich hasse die welt ganz einfach sie ist vielleicht schon anzuschauen im großen ganzen ist die schließe die beschissen und da kann ich jetzt natürlich da kann kein anderes dafür es ist so beklagt so beklagt so ach scheiße beschissen da schneller ja ja ich habe auch immer zu fuhr ich habe auch immer zu fuhr ah ich bin mir zurück weil musste sein das ist ein quatsch ich meine ich musste einfach das muss das musste ich euch ersparen okay hier ist immer ich habe das level verstanden ja vorbei ist aber noch so ein scheiß level ja noch langsam scheiße ich weiß gar nicht weil ich es bewegt sich nicht von der stelle okay dann bleibe ich ja noch langsamer natürlich sonst so lang ja nicht auszuhalten ich glaube demnächst verpasst ich sogar schon der erste startmann der doll ja aus welchen klasse das mache ich hier natürlich ich trinke mal kurz was das wollte der schmarrn ich habe mich jetzt extra viel zeit und der scheiß der wacht weiter geht so echt nicht ernsthaft das ist so so richtig unakzeptabel nein verdammte scheiß davon kann man sowieso schon so nicht wohl oder zumindest mir kein weg bekannt verdammte kackelmann und dann muss diese blöde wie auch noch also das ist die ich glaube dies noch bescheuert wie anderes springen wir schon aus dem rum genau sind wir schon da hatte ich nur noch ein wenig das darüber ist ja ansonsten genau oben und unten komme ich aus dem dach einer bonus wenn man mit einem haupt von einem stark aufgebaut ok ok jetzt komme ich nachher gleich zu meiner ersten fiesen so ich könnte mir alle nix tun wie viele idioten sind da oben noch alles jetzt irgendwann mal endlich hoffentlich jetzt auf dankeschön ok jetzt hat ich mich doch jetzt doch noch nicht doch mit ihr euch gefällt das gefühl ich hab schon was verpasst augenblicke und nicht nur oder so fällt das zeug da war doch ne ich weiß es ja genau genau ok eine star point habe ich ok noch weiter runter kommt hoch hier ist hier oben was nein rühre ausgang danke eigentlich gar nicht so toll klasse jetzt bewegt sich alles wenn das scrolling zu langsam ist jetzt bewegt sich auch noch der ganze scheiß ok ist da kommt auch ok wenn man habe ich jetzt alle muss doch jetzt hoffentlich nichts das vorletzte level nicht einfach nur hierher also ein stopp runter 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 das schloss noch einen nächsten schloss Quelchen zum 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 ja wie jetzt so schnell aus das war aber glück ist doch gleich in die hose gehen können genau items die ich habe ich zu viel speichern das gehen wir hoch und absolut wie das was erst vorletzte level vorletzte normalen wenigstens sie das hier ein bisschen ja endlich weiter mal ja endlich das hin an was das ist ja ok Ok, das war auch schon ausgemacht. halbwegs ok auch vorbei schade ja doch scheiße ja tausendmal schöner wie die anderen ok haben ich finde die schöne die der farbe an den so nett ja nett so vielleicht sogar noch geschützt ok 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 habe ich ok scheinbar aber hier oben sieht aus wie wenn ich da rein kann genau wenn er dann will ich jetzt irgendwie runter gefallen ich bin ja gewusst ich mich retten soll ok großes bekommen genau so schaut es aus ja kein leben schade aber immerhin auch geschafft dieses level ja perfekt dann würde ich sagen ich gucke mal kurz in den shop was gibt es denn hier so viele sterne wer weiß wann wir die brauchen im ernst in der lavabild später brauchen wir sicher viele ok ich würde sagen im nächsten level beenden wir diese Welt bis dahin ciao ciao